Mehr als 110 Absolventen der Fachschule Weizenkirchen wurden bei den diesjährigen Abschlussfeiern mit dem landwirtschaftlichen Facharbeiterbrief ausgezeichnet. Die Schüler der dreijährigen Fachschule, der Fachschule für Erwachsene in Abend- und Tagesform sowie des Facharbeiterlehrganges Feldgemüsebau absolvierten in den letzten Wochen ihre Prüfungen und konnten sich nun über einen erfolgreichen Abschluss freuen.